Gut war es wieder nochmal, zusammen zwei Wochen sind wir unterwegs. Bisschen entspannten Campingurlaub. Kannst du da nicht laufen? Ähm, nicht wirklich, also ein bisschen. Das heißt so, vielleicht viermal die Woche oder so. Das ist im Prinzip ja fast nichts für mich. Und wo ist das noch für dieses Jahr? Ähm, ja, also Herbstmarathon ist auf jeden Fall ein riesen Ziel dieses Jahr für mich. Ich denke, je nachdem, wo die Olympia-Norm liegen wird in Berlin, das steht da glaube ich noch nicht hundertprozentig fest. Vielleicht rechne ich mir noch so eine Chance aus, mich doch noch für Olympia zu qualifizieren. Und dann wäre im Herbst halt entweder in Berlin oder Frankfurt würde sich dafür dann anbieten. Ich bin 29. Ja, so 30 Stunden, drei Viertel. Wo hast du denn vorhin? Ähm, das ist in Wiesbaden bei der Kion Grove. Das ist ein Gabelstapler-Hersteller. In Hamburg kennt man vielleicht die Stille. Ja, das gehört auch zu was. Also das haben wir beide auch in meinem Konzern. Aber ich glaube, ich bin so als Registrier. Ähm, als Revisor. Ich denke da. Alles gut, alles gut, alles gut. Auf, auf, auf!